so freunde willkommen zurück bei dragon age ja mit dem letzten part dass er so abrupt geendet hat tut mir leid da ist irgendwas in der aufnahme schiefgegangen aber die stelle müsste mein nicht passen das heißt hier liegt der tote dem habe ich gerade noch mal ganz schnell gesprochen und ich meine hier hätte die aufnahme dann abgebrochen immer nicht ganz sicher ob das hier war oder ein Kampf weiter ich habe es einfach mal hier wieder weitergemacht ich denke mal das passt auch und ich hoffe mal dass so was jetzt nicht noch mal passiert ok Moment, treff doch mal. Okay. Eieiei. So was. Ist doch glatt der Zwerg... ...gestorben. Okay. So, da krabbelte was. Aber das hier hatte ich eigentlich schon gemacht. Die hatte ich noch besiegt und danach hatte ich dann... ...auch aufgehört, weil ich da gemerkt habe, dass da irgendwas bestimmte. Aber, jetzt müssen wir das halt alles nochmal machen. Egal. Okay. Zack. So, weg. Das nehmen wir mit. Aber selbstverständlich. Wundtrank ist immer gut. Genau so wird es geschehen. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, einmal speichern. Mal gucken. War hier... Nein, hier war nichts. Das ist eine Tür. Okay, die ist zu. So, weiter geht's. Dann wollen wir mal. Jetzt weiß ich auch nicht mehr was kommt. Da oben krabbeln. Da oben krabbeln. Ach. Zack. Ich bin da oben krabbeln. Ich bin da oben krabbeln. Ich bin da oben krabbeln. Hier ist noch eine Reere drin. In der Vase. Och. Nehmen wir mit. Uralter... Uralter Stiefel. Nehmen wir einfach mal mit. Sieht aus, als wäre es hier eine alte Zwergenstadt. Oder? Ach so. So ein bisschen. Ach du Scheiße. Komm Zwerg, wir nehmen uns die Turmschützen mal vor. Zack. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Perfekt. So. Schau. Ja, die haben hier noch was. Gucken wir mal eben. Der hat was. Und der hat was. Und Wundtrank. Perfekt. So. Es wird gespeichert und dann... Gehen wir mal hier rein. Oh, da liegen auch schon wieder welche. Ich bin erfreut. Diese dunkle Brut kennen wir ja schon. Ah. Die ist total eklige hier. Nein. Nein. Ach komm, das wird jetzt ein Scherz. doch überlebt hast. Ich bin er insbesondere nicht heute hier von, bei allen und so. jokes auf Maschinenbleibern. Tatsächlichesar aids in vers đầu sind. Again. Wağı. Ich bin dein Hogys Elemb Сегодня bis bald und und. Hier haben wir noch eine Vase, hier hat Geld drin, ne kleinen Geld doch, nehmen wir trotzdem mal einen mit, wer weiß wofür man das noch gebrauchen kann, der hat auch noch was, ok, so, dann wandeln wir mal die Treppe rauf. Klopf, klopf, ist jemand zuhause? Wir sollten lieber vorsichtig sein, seht ihr das da, das ist eine Falle, wir sollten lieber vorsichtig sein, zack, alter, ich will fallen. Aua! 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 Wir werden straken nur den. ein steingolem aber selbstverständlich noch so einer halbom Wieso nicht ohne? Fallen entschärfen Fallen entschärfen Ich bin nicht zu besinnen So Zack Und die letzte machen wir auch noch Okay, Moment, da ist noch eine Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Ups, Moment, da Die kann ich entschärfen, oder? Moment, da ist die Nee Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt wird gespeichert Toll, und? Okay, wow, das hat lange gedauert Mal gucken, ne Müsste noch Was ist denn für'n Zwerg? Genau so wird es geschehen Aha So Tschüss Oh, da kommt noch nie was mit Ich glaube, die Wand hat mich gerade voll geschleimt Erlaubt mir euch zu sagen, Sir Zwerg Dass ihr auf dem Schlachtfeld wirklich furchterregend seid Wollt ihr euch etwa über mich lustig machen? Ich musste nur furzen, weil ich so überrascht war Nein, es war als Kompliment gemeint Hm, ich bekomme einfach nicht besonders viele Komplimente Aber das verstehe ich nicht Eure Fähigkeiten sind Wir sollten lieber vorsichtig sein Oh Gut Bleib zurück, das schaffe ich allein Wie wäre es damit? Zack Ja, lass doch erst was Ja, lass doch erst was Ja Hör auf Hast du schon Angst? Es geht los Nein, du sollst Den Achso, da kommst du wahrscheinlich gar nicht hoch Ach, haben die von unten platt gemacht, ja Ja Wow, wieso geht denn der Außen rum? Aber selbstverständlich Ja doch, so, na egal So, hier ist nichts Auf die Karte gucken Ja, da ist auch nichts mehr gut Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Das kommt nicht von dem verschimmelten Käse, den ich gegessen habe, richtig? Geister Geister Okay, es geht nur hier hoch Sie sind fort Sie sind alle fort Sie haben den Teig verlassen Ja Natürlich, Spinne Ah Ihr geblieben Karte? Okay Zack Aha So, weg mit dem Geister Aha, die Geister können auch brennen, ist ja lustig Zack , weg So, einer von denen ist schon weg Ich bin erfreut. Wumms. Alles mitnehmen. Okay. Mutter, du kannst mich doch nicht hier zurücklassen. Pass auf deinen Bruder auf. Gib Acht, dass er nicht schreit. Bitte, Mutter. Diese Waffen stammen aus den Waffenkammern Karl Kirols. Ich suche nach Freiwilligen, die lieber im Kampf sterben. Diese Bastarde haben uns zurückgelassen. Und er will, dass wir kämpfen, um ihn den Rücken für ihre Flucht freizuhalten. Das nehmen wir mal mit. Jetzt ist das Inventar wieder voll. Jawoll. Äh. Bist du dabei? Bist. Oh, danke. Es hat geklappt, trotz eurer Stumpferei. Wie ich die Spinnen hasse, ey. Na komm. Okay. Gucken wir, ob hier hinten noch was ist. Nein. Gut, gut. Wumms auch nichts. Die Karte. Endes, in Leidiger, Freund. Warum beträtige. ruthlessanni, wirklich viel Zeit? Ich sehe mich wie Dancing Beale auf den berryischen St DAC ist. Wommer-Bar furt dilgen vor ski объ greasy Pro tools? Oh meine ich her mit diesen Gewurzoin. Und ich sehe mich etwas teest, nur kurz. Für mich das ab. Ich denke, wenn wir auf woher.